Sieh mal, Roti. Das ist Cat. Mit den neuen Landekufen, die wir Helena Helikopter montiert haben, kann sie sicher im Schnee landen. Jihah! Geschafft, Helena! Hallo, Cat. Hola, Gekko. Hihi, sieh mal, Roti. Carrie und Barry bauten einen Schneemann. Hey! Heiliger Schraubendreher! Sie treiben davon. Los, los, Tilly-Abschleppwagen. Keine Sorge, Zwillinge. Wir retten euch. Halt dich fest, Carrie. Ja! Oh, nein! Cat, versuchst du, Barry zu erreichen? No problemo. Vamos, Helena! Drück den Knopf, Roti. Gekko! Geschafft! Schade, dass wir den Schneemann nicht retten konnten. Gekko? Ups! Lo siento! Hihi, schon okay, Cat. Jetzt hatten wir doch noch einen Schneemann. Hihi, oder eben einen Schnee, Gekko. Hallo zusammen. Heute hat Grüni Geburtstag und wir bereiten eine Strandparty vor. Hihi, langsam. Wir warten nur darauf, dass Fiona Feuerwehrauto mit Grünis Geburtstagskuchen kommt. Vorsicht, Fiona! Fahr nicht auf den nassen Sand. Schnell! Die Flut kommt! Irgendwie kriegen wir dich raus, Fiona. Ach ja! Wir könnten sie mit all deinen Luftballons rausfliegen, Grüni. Ich weiß, du liebst deine Balance, aber Fiona braucht sie dringend. Können wir sie bitte benutzen? Es funktioniert! Es funktioniert! Oh oh! Es funktioniert so gut! Sie fliegt davon! Das ist es! Los, los, Mechaniker! Gut gemacht, Mechaniker! Und da kommt der Rest der Partygäste. Schön, dass ihr alle da seid. Gut, dass du geteilt hast, Grüni. Und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Hurra! Komm, Grüni. Lass uns all den Müll bei Tilly aufladen. Ups! Tut mir leid. Das alte Sofa muss auf die Müllkippe. Wir können es nicht behalten. Da ist Familie Truck, Mama Truck, Mama Recycling und Baby Truck. Oh nein! Arme Baby Truck, das war eine harte Landung. Wenn wir es nur irgendwie weicher machen könnten. Wie war das, Mami? Du hast eine Idee? Ja! Kann ich mich auf jeden Fall geben? Po schön! Bitteschön, Babytruck. Dieses Mal landest du bestimmt weich. Gern geschehen, Babytruck. Oh, danke, Mami Recycling. Es ist immer schön, etwas Neues aus etwas Altem zu machen. Blaui! Blaui, wo bist du? Hm, hallo zusammen. Wir arbeiten heute draußen, weil Fionas Leiter klemmt und sie zu groß ist. Oh, deine Reifen sollten wir auch überprüfen, Fiona. Oh, Blaui. Holt bitte jemand den Wagenheber? Gut gemacht, Roti. Ich hole mein Werkzeug. Ach, du rote Neune. Keine Sorge, Roti. Wir holen dich da irgendwie runter. Gröni, Gelbi, holt eine Decke. Ich habe eine Idee. Roti, wenn ich loslassen sage, lässt du los. Okay? Loslassen! Oh. Oh. Blaui, jetzt kannst du ein Held sein. Bereit, Blaui? Drei, zwei, eins, los! Keine Sorge, wir fangen euch. Du hast uns gerettet, Blaui. Ein Hurra für unseren Helden. Komm, du super Mechaniker. Lass uns Fiora fertig reparieren. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Kommt, Mechaniker. Heute kommt Fiona Feuerwehrauto zu uns. Wow. Wow. Ich bin Herr Wiesel. Inhaber von Wiesels Werkstatt. Vollautomatische, schnelle Reparaturen. Hallo, Herr Wiesel. Ich bin Gekko. Äh. Oh, da kommt meine erste Kundin. Wir reparieren es ratzfatz. Drum sind wir auf dem ersten Platz. Wir sehen uns, Frosch. Äh, ich heiße Gekko. Okay, Fluella. Das dauert nicht lang. Ähm, ich bin nicht sicher, mit welchem Knopf man die Wartung startet. Oh, ich drücke sie einfach alle. Das müsste gehen. Oh. Komm bald wieder, Felicity. Das ging echt schnell. Oh, yeah. Sie sieht nicht gut aus. Komm rein, Fiona. Das sehen wir uns mal an. Das ist das Problem. Wiesel wollte so schnell fertig werden, dass er dir Seife in den Öltank gekippt hat. Wir haben das Problem behoben. Fionas Öltank wird uns loben. Hm. Ich habe doch den richtigen Knopf gedrückt. Igitt. Ups. Wir sehen uns bald wieder. In Gekkos Werkstatt. Bis bald. Oh, hallo zusammen. Blaui und ich wollen gerade einen Weihnachtsbaum für die Werkstatt kaufen. Oh, eh. Bobby, der Bus. Er steckt fest. Oh. Hier ist ein Kakao zum Aufwärmen. Keine Sorge, Bobby. Wir holen dich raus. Die funktioniert nicht. Hak uns aus, Blaui. Wir probieren was anderes. Oh, nein. Jetzt steckt Tilly auch im Schnee fest. Hm. Hä? Oh, Blaui. Wir stecken wohl auch fest. Sei nicht traurig, Blaui. Irgendwer wird uns helfen. Wenigstens haben wir den Kakao, der uns warm hält. Ups. Sieh mal. Der Kakao hat den Schnee geschmolzen. Ich habe eine Idee. Funktioniert. Warte, Bobby. Warte, Bobby. Gern geschehen, Bobby. Aber was machen wir mit dem umgestürzten Baum? Aha. Und fröhliche Weihnachten. Heiliger Schraubendreher. Wer ist das denn? Oh, hallo, Frosch. Ist dir mein neues Auto aufgefallen? Das ist Silvester. Spitzname Sly. Hi, Silvester. Schön, dich kennenzulernen. Oh, entschuldigt uns bitte. Jemand braucht unsere Hilfe. Dylan hat Probleme auf der Baustelle. Wir werden ihm helfen. Wir sind in Nullkommanichts da. Hm, ich denke, wir sollten trotzdem fahren, Mechaniker. Los, los, Tilli, Abschleppwagen. Hm, ich frage mich, ob wir Dylan helfen können, ohne in diesen entsetzlichen Schlamm zu fahren. Ah, falscher Knopf. Aha. Ich wusste, dass wir das hinkriegen. Sieh, Sly. Muss ich wirklich alles allein machen? Zieh mich hier raus, Sly. Zum Teufel mit diesem verdammten Schlamm. Keine Sorge. Ihr seid schon bald wieder draußen. Los, los, Mechaniker. Vielleicht willst du mal meine Autowaschanlage besuchen, Sly. Und Sie dürfen sie auch benutzen, Herr Wiesel. Nein, danke. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Einiger Schraubendreher-Mechaniker. Die Tür klemmt wirklich. Warst du das, Tilly? Seht mal, das ist Trevor Traktor. Oh, das klingt, als bräuchtest du unsere Hilfe. Mir nach. Verschraubt nochmal. Ich sehe das Problem sofort. Wir müssen dein Getriebe reparieren. Mechaniker, wir brauchen Getriebeöl und... Oma Gekos extra starken Schraubenschlüssel. Vorsicht, Mechaniker. Man braucht starke Muskeln in den Armen, um den Schraubenschlüssel zu tragen. So, jetzt ist es besser. Das sind gute Zahnräder. Probier's mal, Trevor. Traktoren brauchen ein starkes Getriebe, um schwere Sachen zu schieben und zu ziehen. Vielleicht kann Trevor seine Stärke nutzen, um uns zu helfen. Jetzt ziehen, Freunde. Hurra! Food gemacht, Team. Wir sehen uns, Trevor. Bis bald! Bitte schön, Eric. Jetzt ist dein Arm wieder so gut wie neu. Mechaniker, was macht ihr hier? Aber, Mati? Oh, ich verstehe. Ihr sucht einen Piratenschatz. Ah, Kameraden! Was war das für ein Geräusch? Eric hat was gefunden. Vielleicht ist es... ein vergrabener Piratenschatz. Ich frage mich, was das ist. Oh, Gelbi. Es ist vielleicht kein Gold, aber das heißt nicht, dass es kein Schatz ist. Oh! Tada! Es ist eine Eisenbahn-Dreisine. Aber, hm... Irgendetwas fehlt. Ah! Wow! Eric hat die alte Schiene gefunden. Versucht es jetzt, Mechaniker! Seht ihr? Auch wenn etwas nicht aus Silber und Gold ist, kann es trotzdem ein Schatz sein. Los, los, Mechaniker! Ah! Ah! Ach, du bist ja schon früh hier, Eric. Ah! Mechaniker! Eric ist wegen seiner Reparatur hier. Kommt schon, ihr Schlafmützen! Ihr müsstet doch voller Energie sein, nachdem ihr die ganze Nacht geladen habt. Lasst uns Eric reparieren, damit er weiter kann. Ah! 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 Ich weiß nicht, was heute mit Ihnen los ist. Hä? Wow! Du hast recht, Eric. Das Ladegerät war heute Nacht nicht angeschlossen. Kein Wunder, dass sie so schlapp sind. Kommt her, ihr müden Mechaniker. Zeit, euch aufzuladen. Hehe. Oh, Schachmatt. Yay! Okay, Mechaniker. Jetzt seid ihr alle aufgeladen. Also, packen wir es an. Wir sehen uns bald wieder, hier in Geckos Werkstatt. Ja, ja, ja. Welkommen zum großen Rennen, bei dem ich, Wilbur T. Wiesel, beweisen werde, dass ich der schnellste Mechaniker der Stadt bin. In meinem Turbo-Motor-Monster-Truck. Hehe. Alles gut, Tilly. Wir brauchen keinen Turbo-Motor, um zu gewinnen. Du hast mich noch nie enttäuscht. Okay, Genku. Das Rennen beginnt, wenn die Ampel grün ist. Auf die Plätze. Fertig. Los. Haha. Los, Tilly-Abschleppwagen. Ich freue mich schon auf die glänzende Siegermedaille. Die wird zu meiner glänzenden Uhr passen. Sehr gut, Tilly. Schön gleichmäßig. Aktiviere den Turbo-Motor. Keine Zeit. Wir eilen zu Hilfe. Oh, wir sinken. Oh, Hilfe. Eine Sorge, Herr Wiesel. Wir holen euch da ganz schnell raus. Ich schätze, ihr habt offen und ehrlich gewonnen. Aber nächstes Mal werde ich gewinnen. Seid auch beim nächsten Mal wieder in Geckos Werkstatt dabei. Bis bald. Wow, gut gemacht, Mechaniker. Eine saubere Werkstatt ist eine glückliche Werkstatt. Seltsam. Wir haben keinen Strom. Irgendwas stimmt mit unserer Solaranlage nicht. Oh je, das Sonnenlicht kommt nicht durch. Aber das ist keine normale Wolke. Lasst uns das untersuchen. Versuch's mal jetzt, Tilly. Ich verstehe das nicht. Dein Motor müsste funktionieren. Ich habe die Anleitung befolgt. Ich trete das nicht. Guten Morgen, Herr Wiesel. Ist dir alles okay? Alles in Ordnung, Gekko. Ich gebe auf. Lass mich mal nachsehen, Dylan. Die schlechte Nachricht ist, dass wir deinen Motor rausnehmen müssen. Aber die gute ist, dass ich einen neuen habe, der viel besser für dich ist und für alle anderen auch. Perfekt. Hm. Wir brauchen Hilfe von der Sonne. Und Dylan auch. Der Akku lädt sich mit Sonnenenergie auf, während wir Dillings neuen Elektromotor einbauen. Der Akku. 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 Können wir weiter picknicken. Hola, ich bin neu hier. Kat heiße ich und retten kann ich dich. Ich bin hier, um alle zu beschützen. Hallo Kat, ich bin Gekko und das sind die Mechaniker. Wir machen hier ein Picknick. Willst du mitmachen? Oh, habt ihr auch Thunfisch-Sandwiches? Ich glaube ja. Haben wir noch welche, Tilly? Tilly, ich komme. Oh nein, es ist zu matschig. Tilly rutscht weg. Vamos, Helena. Jemand braucht unsere Hilfe. Ah, es klappt nicht. Ah, warte, Tilly. Mach weiter so, Blaui. Ah. Ich komme nicht dran. Gekko, nimm den Regenschirm. Aha. Oh. 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 Das war knapp. Oh, bitteschön, Tilly. Wir sind ein gutes Team, Gekko. Hihi. Das stimmt. Danke für die Hilfe, Kat. Hm. Was ist das für ein Krach? Oh, es ist Barry, Buss. Sieht so aus, als hätte er es eilig. Alles okay, Barry? Oh. Du willst nicht zu spät kommen, aber so kommst du nirgendwo hin. Wir untersuchen dich mal. Grüni, bringst du mir bitte meinen besten Schraubenschlüssel? Oh. 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 Oh, Grüni. Du bist gestresst, oder? Ich glaube, wir sollten alle einmal tief durchatmen. Ich zeige es euch. Zuerst atmen wir ganz tief ein. Dann atmen wir aus. Jetzt seid ihr dran. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Aus. 1, 2, 3, 4, 5. So. Besser? Oh. Denk dran, es ist immer gut, tief durchzuatmen, wenn man gestresst ist. Bis bald, Barry. Hm, fast fertig, Fiona. Hier ist deine neue Leiter. Oh. Oh. Je-haa. Hä? Cat, vorsichtig. Hola, Gecko. Helena und ich üben, Loopings zu machen. Guckt euch das an. Juhu. Je-haa. Jetzt einen ganz großen. Oh, vorsichtig, Cat. Oh nein. Aufpassen. Alles okay, Roti? Gecko. Ich kann ohne Helenas Kufin nicht landen. Oh nein. Schnell, Mechaniker. Wir müssen helfen. Bringt mir bitte die Reifen. Noch ein bisschen dichter. Ich versuch's. Ich versuch's. Halt dich fest. I-haa. Ich versuch's. Blaui. Nimm die Kufen. Ich hab eine Idee. Jetzt, Blaui. Puh, das ist noch mal gut gegangen. Danke für die Hilfe, Gekko. Kein Problem, Kat. Das gehört bei uns dazu. Hallo zusammen. Willkommen zurück bei Gekkos Werkstatt. Heute ist es sehr matschig, also machen wir unsere Waschanlage bereit. Seht mal, da kommt Baby Truck, um sauber gemacht zu werden. Hallo, Baby Truck. Lass mich mal raten, weshalb du hier bist. Plitsch, Plitsch und Platsch. Aktiviere Gekkos Autowaschanlage. Hm, das geht so nicht. Du bist immer noch schmutzig. Na klar. Wir haben vergessen, Seife nachzufüllen. Ohne Seife wird man natürlich nicht blitzsauber. Jetzt ist die Seife aufgefüllt. Dann können wir jetzt den Matsch wegwaschen. Sehr seltsam. Die Rollen müssten eigentlich den Schaum abwaschen. Aha, das ist es. Baby Truck ist zu klein. Die Rollen kommen nicht dran. Hurra. Die Waschanlage funktioniert. Und Baby Truck ist blitzeblank. Macht's gut, euer Gekko. Bis bald. Hallo zusammen. Willkommen bei Gekkos Werkstatt. Heute ist ein ruhiger Tag. Wir machen ein bisschen Frühjahrsputz. Hä? Was war das denn für ein Geräusch? Bobby, der Bus? Du siehst ja gar nicht gut aus. Komm, wir sehen uns dich mal an. Oh je, Mimi. Bobby geht es gar nicht gut. Mal sehen, ob wir herausfinden, was los ist. Hm. Vielleicht brauchst du mehr Kühlflüssigkeit. Los, los, Mechaniker. Oh. Au. Nein. Daran lag's nicht. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Hm. Wartet mal. Oh. 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 Aha, der arme Bobby hat ein Ölleck. Der Motor braucht Öl, um geschmeidig zu laufen. Das können wir reparieren. Der Grund für deine Schmerzen ist, aus einem Rohr läuft Öl heraus. Grüni repariert's mit Lisp, die Funken fliegen. Applaus, Applaus! Dann noch ein Pflaster angebracht. Hurra, Grüni, Blaui, gut gemacht. Geht es dir besser, Bobby? Ein weiterer zufriedener Kunde, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal bei Gekos Werkstatt. Bis bald! Fiona Feuerwehrauto, was ist denn los? Dein Schlauch funktioniert nicht. Na, dann schauen wir mal. Keine Sorge, Fiona, das haben wir gleich wieder. Ich hole meinen besten Schraubenschlüssel. Na, dann schauen wir mal. May ich auch noch mal. Was? Hm. Hm. Was? Hm. 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 Kommt schon, Mechaniker. Helft mir doch mal bitte. Geht's dir gut, Gelbi? Hm. Okay, das Problem haben wir gelöst. Danke, dass du bei Gekkos Werkstatt warst, Fiona. Bis bald. Hallo zusammen. Ich bin Gekko. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Baby Truck kommt heute zum ersten Mal in unsere Werkstatt. Wir haben deshalb für ihre Begrüßung etwas ganz Besonderes vorbereitet. Hallo, Baby Truck. Bist du nervös? Ist schon gut. Du bist dir in sicheren Händen. Oder, Mechaniker? Ah. 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 Baby Truck, warte. Oh nein. Wir haben Baby Truck verschreckt. Keine Sorge Mama Truck, wir finden sie. Schnell Mechaniker, wir müssen Baby Truck finden. Arme Baby Truck, wo kann sie denn nur sein? Versteckst du dich Baby Truck? Weil du nervös bist? Weißt du was? Ich auch. Du bist das erste Mal in der Werkstatt. Wir wollten, dass es für dich was ganz Besonderes wird. Tut mir leid, wenn wir dich erschreckt haben, aber ich verspreche, dass wir uns besonders gut um dich kümmern werden. Ist das okay? Schnell hoch mit dem Werkstatttor. Ein Fahrzeug braucht uns jetzt sofort. Hab noch einen schönen Tag, Baby Truck. Du warst so tapfer. Gern geschehen, Baby Truck. Vielen Dank, dass ihr heute bei Gekkos Werkstatt reingeschaut habt. Bis bald! Hallo zusammen. Hier ist Gekko. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Also habe ich beschlossen, Vögel zu beobachten. Oh, seht mal! Die Zwillinge. Barry und Carrie. Oh nein! Barry hatte einen Unfall. Schnell, Mechaniker. Wir müssen schnell helfen. Schnell, schnell, Tilly-Abschleppwagen! Keine Sorge, Barry. Wir haben dich gleich da rausgeholt. Blaui! Dann untersuchen wir dich mal. Hm, das ist seltsam. Dein Motor springt nicht an. Ah, Carrie will Barry aufmuntern. Wie lieb! Achoo! Da liegt der Hase oder Fisch im Pfeffer. Der Fisch steckte wohl in Barrys Hauspuff. Deshalb ist der Motor nicht angesprungen. Es ist so schön, wenn Freunde zu Besuch kommen. Da wird man viel schneller wieder gesund. Der Fisch ist wieder zu Hause. Seine Freunde haben sich bestimmt schon Sorgen gemacht. Also, Ende gut, alles gut. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald! Hallo zusammen. Heute ist Erik Bagger hier zur Durchsicht. Wir müssen nachsehen, ob er gesund und munter genug für all das Baggern ist. Wer will ihm helfen? Ich glaube, ich wähle Gelbi. Ich weiß, dass du spielen willst, aber ich glaube, die Arbeit in der Werkstatt macht dir genauso viel Spaß. Sehen wir uns zuerst deinen Motor an, Erik. Lass ihn mal schön aufheulen. Das kannst du doch besser, Erik. Gut gefangen, Gelbi. Jetzt sehen wir uns mal dein Raupenfahrwerk an. Gleich fertig mit der Durchsicht, Erik. Mal sehen, wie gut dein Baggerarm funktioniert. Oh. Der braucht einen Tropfen Öl, Gelbi. Gut gemacht, Erik. Du hast die Durchsicht geschafft. Jetzt bist du bereit und kannst weiterbaggern. Willst du zu den anderen, Gelbi? Ich habe doch gesagt, Arbeit kann Spaß machen. Wir sehen uns bald wieder mit mehr Arbeit und Spaß bei Gekkos Werkstatt. Oh, hallo zusammen. Vicky Eiswagen ist gerade zur Reparatur hier. Wir sind jetzt bei den letzten Feinheiten. Danke, Gelbi. Bringst du mir bitte einen Schraubendreher? Vorsicht, Mechaniker. Der Schlauch ist voll mit eiskalter Luft. Denn so hält Vicky ihr eiskalt. Gelbi, drück bloß nicht den Knopf. Ah! 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 Danke, Mechaniker. Ihr habt mich gerettet. Jetzt lasst uns Vicky fertig reparieren. Danke, Vicky. Bis bald. Mua! Ha, 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 ha. Fröhliches Halloween. Schon gut, Mechaniker. Ich bin's nur. Gecko. Hä? Wartet mal. Was ist das für ein Geräusch? Da ist es wieder. Ich hoffe, das ist kein gruseliger Halloween-Geist. Puh. Was ist auch wahr. Ich glaube, es ist weg. Hä? 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 Oh nein, Mechaniker. Ich glaube, in der Werkstatt spukt es. Blaui! Wartet mal. Blaui, komm her. Das Geräusch ist nur da, wenn du dich bewegst. Kein Grund für Stress und Gänsehaut. Da war nur Blauis Rad so laut. Ein Tropfen Öl hilft da zumeist. Schon ist er wieder weg. Der Gruselgeist. Puh. Stress vorbei. Jetzt können wir Süßigkeiten sammeln gehen. Fröhliches Halloween. Bis bald. Uuuuh. Hallo zusammen. Hier ist Gecko. Wir sind gerade auf dem Heimweg. Was? Das ist Baby Truck. Was war das, Baby Truck? Ein Schnuller ist weg? Sei nicht traurig. Wir finden ihn wieder. Los, los, Mechaniker. Sieh mal bei den roten Blumen nach. Siehst du da etwas? Was ist mit der grünen Hecke? Siehst du da etwas? Irgendwo hier muss er ja sein. Tut mir leid, Baby Truck. Ich finde deinen Schnuller nicht. Blaui. Gut gemacht. Du hast ihn. Bitte schön, Baby Truck. Oh, Ende gut, alles gut. Danke für eure Hilfe. Bis bald. Willkommen zurück bei Geckos Werkstatt. Wir haben gerade unser Notfall-Warm-System installiert. Hä? Da steckt jemand in Schwierigkeiten. Schnell, 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 Tilly-Abschleppwagen. Das ist Erik Bagger. Das ist Erik Bagger. Er hat wohl einen Felsen erwischt. Sieh, sein Raupenfadag ist kaputt. Oh, Blaui. Ich weiß, das Gewitter ist gruselig. Aber wir brauchen deine Hilfe. Bist du tapfer für uns? Ah, ich komme nicht ran. Ich bin zu groß. Da passe ich nicht durch. Hä? Oh nein, wir müssen uns beeilen. Ich glaube, der Damm wird überlaufen. Blaui ist klein genug dafür. Gut gemacht, Blaui. Du bist sehr mutig. Oh nein. Der Damm hält nicht. Schnell, Blaui. Gut gemacht, Blaui. Du hast dich deinen Ängsten gestellt. Sieh mal, ein Regenbogen. Macht's gut, euer Gekko. Bis bald. Hallo zusammen. Heute ist viel los. Babytruck und Maxmonstertruck brauchen einen Reifenwechsel. Aber wo ist Max? Juhu. Oh, hallo Max. Los, los, Mechaniker. Gelbi. Oh, Gelbi hat sich den Kopf gestoßen. Also seid ihr dran, Blaui und Roti. 加 kettlebell. He hij. Heiliger Schraubendreher! Komm mit, Gelbi! Die Reifen habt ihr wohl vertauscht? Schon okay. Wir machen allemal Fehler. Wir müssen die Reifen nur zurücktauschen. Oh, keine Sorge, Max. Wir haben es gleich geschafft. Babytruck. Wir wissen, dass du Spaß hast. Aber die Reifen gehören Max. Vielleicht sollten wir sie ihm zurückgeben. Oh, gut gemacht Babytruck. Es ist wichtig, die Sachen immer zurückzugeben, die man sich ausleiht. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald! Ich fühl mich nicht so gut. Oh nein, Heribus hat heute einen Termin zur Durchsicht. Schafft ihr das, Mechaniker? Ja! Ja! Oh, 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 oh. Ist alles okay? Hä? Was war das für ein Geräusch? Schon okay. Ich fühle mich ein bisschen besser. Sieht so aus, als hätten die Mechaniker alles unter Kontrolle. Gut gemacht, Mechaniker. Willkommen zurück bei Gekkos Werkstatt. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Also wird Roti heute aufs Dach steigen. Und unsere neuen Solarplatten anschließen. Die saugen die Energie von der Sonne auf und machen daraus sauberen Strom für die ganze Werkstatt. Hallo, Bobby. Wow! Sieh dich nur an. Du bist ja ganz schmutzig. Und wir haben dich erst gestern sauber gemacht. Kein Problem. Plitsch, Plitsch und Platsch. Aktiviere Gekkos Autowaschanlage. Du bist wieder sauber und bereit für die Straße, Bobby. Oh! Du bist wieder schmutzig. Wie ist das passiert? Ich glaube, wir müssen dich per Hand waschen. Ja! Blitz sauber! Jetzt kannst du wieder auf deine Busstrecke, Bobby. Das macht dich immer so schmutzig. Dein alter Benzinmotor. Hm. Was würdest du von einem neuen, sauberen Elektromotor halten? Sind die Solarplatten bereit? Die Platten wandeln die Sonnenenergie um. Und schon macht Bobby sauber. Brumm, brumm. Brumm, brumm. Brumm, brumm. Brumm, brumm. Brumm. Wir sehen uns bald wieder für noch mehr Spaß bei Gekkos Werkstatt. Brumm, brumm. Brumm, brumm! Brumm, brumm. Brumm, brumm. Brumm, 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 brumm. Brumm, 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 brumm. Wow, ein Niederbruch. Noch ein Niederbruch. Wir sitzen hier fest. Keine Sorge, ich habe mein Werkzeug dabei. Wir brauchen größeres Werkzeug. Nicht mal Tilly ist stark genug, um den Felsen zu bewegen. Wie sollen wir hier rauskommen? Wie sollen wir hier rauskommen? Wie soll ich, dass du so stark bist? Mama Truck, du hast uns gerettet. Ich sollte Erik Bagger anrufen, damit er die Felsen wegräumt. Wir sehen uns nächstes Mal zu Spaß und Abenteuer in Gekos Werkstatt. Hallo zusammen. Willkommen zurück bei Gekos Werkstatt. Bobby Bus ist gerade zur Kontrolle hier. Wir sind fast fertig. Wartet, Mechaniker. Ich bin noch hier oben. Tschau. Bobby, Bobby. Oh nein, er kann mich nicht hören. Mechaniker, schnell. Tut etwas. Vorsicht, da ist eine Brücke. Wow, heiliger Schraubendreher. Oh ja, eine hohe Brücke. Gute Idee, Mechaniker. Wenn ich nur daran verpasst. Was jetzt? Gute Idee, Gelbi. Du hast mich gerettet. Schon okay, Bobby. Du wusstest es nicht. Und niemand ist verletzt. Danke für eure Hilfe, Mechaniker. Was würde ich nur ohne euch tun? Bis bald. Komm, Blaui. Ich glaube, es ist Zeit fürs Bett. Gute Nacht, Mechaniker. Hä? Bobby, was machst du so spät noch hier? Oh nein, du brauchst einen neuen Reifen. Das kann ich reparieren. Aber wir müssten leise sein. Oh. Boah. Pfiuh. Das war knapp. Nein, 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 nein. Ah. Oh. Nein. Fertig, Bobby. Gute Nacht. Vielleicht setze ich mich nur ganz kurz hin. Ah. Ah. So ist gut, Mechaniker. Wir machen die Werkstatt schön sauber. Oh, klingt, als hätten wir einen Kunden. Es ist Familie Truck, Mummy Truck, Mummy Recycling und Baby Truck. Die nicht gerade glücklich aussieht. Ein Wackelzahn? Das ist kein Grund zur Sorge, Baby Truck. Wenn er rausfällt, kannst du ihn unter dein Kissen legen. Dann bekommst du eine Goldmünze. Äh. Oh nein. Baby Truck hat ihren Wackelzahn weggenießt. Oh, keine Sorge. Wir finden ihn. Los, los, Mechaniker. Ja. Ich geht. Tut mir leid, Grüni. Aber das ist kein Zahn. Oh. 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 Vorsicht, Gelbi. Oh, wir haben die ganze Werkstatt abgesucht. Aber wir finden Baby Trucks Zahn einfach nicht. Oh. Wartet mal. An einem Ort haben wir noch nicht geguckt. In Blauis Staubfädel. Aha. Bitteschön, Baby Truck. Jetzt nimm ihn mit und leg ihn unter dein Kissen. Wir sehen uns bald wieder zu neuen Abenteuern in Gekos Werkstatt. Bis bald. Tschüss.